hallo ein neues video in eigener sache und zwar geht es diesmal um die lügen am olg stuttgart und am amtsgericht ulm dort hat man behauptet ich würde unsere kinder schädigen wenn ich mit ihnen über das wechselmodell rede und ich würde sie in einen loyalitätskonflikt bringen loyalitätskonflikt heißt dass die kinder sich zwischen dem einen oder dem anderen elternteil entscheiden müssen und so etwas schädigt kinder nun ist eben die sache am oberlandesgericht stuttgart und amtsgericht ulm die dass dort behauptet wird ich würde unsere kinder schädigen wenn ich mit ihnen über das wechselmodell rede weil ich sie dadurch einen loyalitätskonflikt bringen und das ist die große lüge an diesen zwei gerichten um die gleichberechtigung zu verhindern denn bitteschön wenn ein elternteil sagt eure eltern sind gleichberechtigt gleichwertig ihr dürft beide eltern lieben ihr habt auch das recht von beiden eltern in gleichberechtigung erzogen zu werden dann ist eben dies kein loyalitätskonflikt weil ja die kinder beide eltern behalten können und zwar gleichwertig das oberlandesgericht stuttgart der elfte zivilsenat und das ansgericht ulm hat aber verfassungswidrig und kinderschädlich das genau anders herum gesehen und behauptet dass ich unsere kinder schädige weil ich sie dazu bringen würde sich zwischen den eltern entscheiden zu müssen wenn ich doch sage ihr könnt beide eltern behalten das ist so abstrus und lässt sich eigentlich nur dadurch erklären dass an diesen zwei gerichten im olg stuttgart zumindest am elfen zivilsenat hier noch vorstellungen von familie vorherrschen die an die nazizeit erinnern an die faschistoide mutterverherrlichung die es dort gab anders kann man sich so irrationale ansichten gar nicht vorstellen die verfassungswidrig und kinderschädigend sind man stelle sich vor die mutter unserer kinder zum beispiel bringt jemanden um ich sage unseren kindern dass es nicht erlaubt ist nicht gut ist man darf niemanden töten und dann sagen das amtsgericht ulm und das oberlandesgericht stuttgart dass ich unsere kinder schädigen würde weil ich sie in einen loyalitätskonflikt zur mutter bringe ja natürlich haben die kinder dann ein problem mit einer mutter die jemand anderen umbringt und wenn der vater sagt das darf man nicht das hat seinen fehler eurer mutter das ist verwerflich wenn die so etwas macht das ist doch im sinne des grundgesetzes ist das recht auf leben und genau die argumentation ich würde unsere kinder schädigen wenn ich mit ihnen über das wechselmodell also die gleichberechtigung rede ist dasselbe als würde man sagen ich schädige unsere kinder wenn ich ihnen sage man darf niemand umbringen und die mutter hat jemand umgebracht und jetzt haben die kinder ein problem mit der mutter jetzt bin anscheinend ich schuld und würde die kinder schädigen also das ist so eine abstruse sichtweise eine loyalitätskonflikt lüge die am amtsgericht ulm und oberlandesgericht stuttgart konstruiert wurde einfach nur um die gleichberechtigung zu verhindern um hier politik zu machen und die kinder von einer mutter erziehen zu lassen die noch genau das rollenbild lebt das man anscheinend am oberlandesgericht und am amtsgericht gern sehen würde und dass das letzte mal offizielle staatsräsonen vor 1945 war und nichts in unserer bundesrepublik deutschland zu suchen hat in einer demokratie wo die gleichberechtigung von mann und frau seit 25 jahren im grundgesetz steht danke fürs zuschauen wenn ihr über zukünftige videos unterrichtet benachrichtigt werden wollt dann abonniert unseren kanal klickt auf die glocke damit ihr auf jeden fall über alle neuen videos informiert werdet ciao